Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren Runde One Piece Talk und Theorien. Diesmal möchte ich mit euch über offene Fragen und ungeklärte Dinge im Wano Kuniak sprechen. Ich habe mir neun Fragen herausgesucht und das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn es gibt noch so viele Fragen. Und wenn euch noch eine Frage zum Wano Kuniak einfällt, dann schreibt sie doch in die Kommentare und vielleicht mache ich da nochmal ein weiteres Video mit weiteren neuen Fragen oder sogar noch mehr Fragen. Worum geht es heute eigentlich im Grunde? Es gibt so viele Sachen noch, die ein bisschen unbekannt sind, wo wir noch eine Antwort benötigen. Dinge, die uns angeteast wurden im Verlauf des Wano Kuniaks, aber bisher immer noch keine adäquate oder befriedigende Lösung geboten haben. Deswegen fangen wir an mit den ersten neun Fragen und die erste Frage, die ich mir herausgesucht habe ist, gibt es jetzt vier Akte im Wano Kuniak oder fünf Akte und natürlich immer noch die Frage, wann kommt diese große Tragödie, auf die alle warten im dritten Akt. Wir wissen, es gab den ersten Akt, es gab den zweiten Akt und es gibt jetzt den dritten Akt, der gefühlt unendlich lange geht. Und man wartet immer auf den sogenannten Kriegsakt, den vierten Akt. Wobei man hier natürlich nicht vergessen darf, dass natürlich der vierte Akt ein Kriegsakt sein könnte, aber im Grunde, wenn man das so ein bisschen auf das Kabuki-Theater münzt, dann heißt es immer nur, dass der zweite und der vierte Akt voller Kämpfe ist. Und da ja Kämpfe am meisten etwas mit Krieg zu tun haben, nennt man es meistens den Kriegsakt, aber es muss nicht so unbedingt ein Kriegsakt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte es noch zu einem Kriegsakt werden, da ja eigentlich im Grunde der große Krieg oder der Ansturm auf Onigashima ja sich langsam dem Ende zuneigt. Ja, wir reden auch darüber, ob vielleicht sogar Queen besiegt ist, das wird die nächste Frage sein übrigens. Und wir wissen natürlich, dass Zorro bald King besiegen wird, aber die Frage ist natürlich, wie lange wird jetzt der Kampf von Ruffy gegen Kaino noch gehen? Wie lange wird jetzt der Kampf noch gehen, Big Mom gegen Law und Kid? Das wird wahrscheinlich noch die längste Zeit in Anspruch nehmen, aber das sind im Grunde auch nur zwei Kämpfe. Das bespricht jetzt nicht unbedingt dazu, einfach mal ein Krieg zu werden. Und deswegen können wir eigentlich auf die Hilfe der Cypher-Pole hoffen, denn die ist ja unterwegs nach Wano Kuni. Und wir haben noch so viele Parteien, die bisher unbeteiligt sind an diesem Ansturm auf Onigashima. Unter anderem auch die Big Mom-Piraten. Also es könnte tatsächlich nochmal zu einem größeren Krieg kommen. Also der, der diesen Raid auf Onigashima nochmal befeuert und vielleicht sogar nochmal ganz Wano Kuni mit einnimmt. Also ich bin da felsenfest davon überzeugt. Des Weiteren hatten wir jetzt Yori, die das Shamisen angestimmt hat. Und wenn ihr mal ein bisschen den Wano Kuni-Akt so durchblättert, dann bemerkt ihr eins. Der erste Akt wurde eröffnet durch Yori, durch der Shamisen, damals noch in der Rolle von Kumurasaki. Er endete mit dem Shamisen beim zweiten Akt und beim dritten Akt war es im Grunde auch so. Also ist es eigentlich nur logisch, dass Yori auch den dritten Akt mit dem Shamisen beenden könnte. Bis es dann soweit ist, kann natürlich noch einige Kapitel ins Land gehen. Aber wir stehen kurz davor. Es wird nicht mehr so viel passieren. Und ich denke, darauf können wir uns freuen. Und ich hatte ja eben schon die zweite Frage angeteased. Nämlich, ist Queen jetzt besiegt? Man sollte es eigentlich annehmen, denn Sanji hat hier jetzt im Grunde zwei Kapitel mit zwei Finishern. Und die große Frage ist natürlich, sollte Queen jetzt besiegt sein, damit wir eventuell auch in den nächsten Akt übergehen können? Oder sollte er nochmal zurückkommen, weil er uns vielleicht noch nicht alles gezeigt hat? Hat er noch offene Fragen hinterlassen? Aber ja, natürlich hat er das. Denn zum Beispiel haben wir die große Frage, er hat die Techniken der Windsmoke-Jungs eingesetzt. Aber die Techniken von Poison Pink Raiju hat er ebenfalls nicht eingesetzt. Das könnte bedeuten, dass wir einen Poison Queen noch zu Sicht bekommen. Und da er ja bekannt ist als Queen die Seuche, würde das ja irgendwie irgendwo auch Sinn machen, dass er eventuell diese Techniken mit einem seiner Viren kombiniert. Das andere, was mir einfällt bei Queen, und das wir uns noch freuen könnten, wäre ein eventueller Flashback. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, brauchen wir ein Flashback von Queen? Und ich sage, aber ja, natürlich. Er war damals bei der Science Group Mads, was in etwa so viel steht für verrückte Wissenschaftler, also Mad Scientists. Und dort hätte ich doch gerne mal einen Flashback gesehen. Vielleicht erfahren wir dort mehr über Windsmoke, aber vor allem, vielleicht erfahren wir da mehr über Vegapunk. Jetzt kann man natürlich sagen oder einwerfen, Queen hat uns doch schon mehrere Informationen gegeben. Zwar nicht zu sich selbst, aber zu King. Und hier sind wir schon bei der dritten Frage, nämlich, was ist mit King? Bekommen wir ein Flashback von King oder erfahren wirklich, was es mit seiner Rasse auf sich hat? Waren das einmal Himmelsbewohner? Kommen die ursprünglich sogar von der Erde und waren sogar vor den Himmelsbewohnern dort ansässig? Und wurden vielleicht sogar von denen ein wenig verdrängt? Man weiß es nicht, sie wurden damals als Götter benannt. Wir kennen sie nur unter dem Namen Lunaria, also ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Und hier haben wir natürlich auch nochmal vielleicht die Chance auf einen Flashback von King, der uns vielleicht ein bisschen von seiner Kindheit zeigt, als er vielleicht vertrieben wurde mit seinen Eltern. Oder eventuell wird sogar noch seine Rüstung zerstört und wir sehen, wie diese Rasse komplett aussieht. Dass wir vielleicht sogar die ein oder andere Vermutung anstellen können, dass noch ein anderer Charakter zu dieser Rasse gehört. Man sollte allerdings immer festhalten, das ist eine fast ausgestorbene Rasse, dass noch irgendwo einer dieser Rasse vorzufinden ist, der ja natürlich auch irgendwo krass sein muss. Der wird ja nicht irgendwie unerkannt irgendwo leben, wenn er so lange überlebt hat. Ja, das ist dann doch eher alles ein bisschen unwahrscheinlich. Aber ich finde, King kann uns hier natürlich immer noch etwas zeigen von seiner Rasse. Und da er noch nicht besiegt ist von Zorro zum gegenwärtigen Zeitpunkt, hat er natürlich auch noch die höheren Chancen auf einen Flashback als Queen. Und wenn wir schon über Flashbacks reden, dann kommen wir direkt zur vierten Frage. Was ist eigentlich mit dem Flashback von Kaido? Okay, das ist jetzt etwas, was vielleicht erst im nächsten Arc gezeigt werden kann, wenn der Kampf zwischen Ruffy und Kaido in seine Endphase geht. Dass wir dort eventuell noch sehr viel erfahren über seine Vergangenheit. Aber vor allem sind wir doch heiß darauf, mehr über die Rockspiraten zu erfahren. Und da könnte das eventuell sogar eine Kombination eines Flashbacks von Kaido und Big Mom sein, da sie ja beteiligt waren damals bei den Rockspiraten. Vielleicht sehen wir dort sogar Rocks D. Sabeck, dass wir nicht nur immer diese Silhouette haben. Vielleicht erfahren wir ein bisschen über seine Stärke. Also gerade der Flashback von Kaido verspricht so viel, dass der im Grunde eigentlich gar nicht ausfallen darf, weil er einfach zu viele Informationen enthält und es einfach Hype-Kapitel wären. Da würde ich keinem One-Piece-Fan unterstellen, das irgendwie langweilig zu finden. Wobei es natürlich genauso wie beim Kozuki-Oden-Flashback sein kann, dass wir erstmal so ein, zwei einleitende Kapitel haben, die doch ein bisschen ruhiger gehalten sind. Aber ich denke, bei Kaido gehen wir direkt auf volle Action. Und dann erfahren wir vielleicht auch ein bisschen mehr über die Numbers und vielleicht auch, wie Yamato geboren wurde. Vielleicht sehen wir sogar Yamatos Mutter, vielleicht ein bisschen doch noch was von ihrer Kindheit. Wobei sie ja davon selbst schon ordentlich etwas gezeigt hat. Deswegen kommen wir jetzt zur nächsten offenen Frage. Und zwar habe ich es auch eben gerade schon angesprochen, die Numbers. Die Numbers sind soweit eigentlich im Grunde alle enthüllt. Es gibt die eine oder andere Theorie. Die eine ist mal gut, die andere ist mal schlecht. Aber was viel interessanter ist, uns fehlt ja noch ein Number und zwar die Number 6. Der fehlt uns noch und da hoffe ich doch, dass wir den auch noch im Wano Kuniak zu Gesicht bekommen. Wann genau wir den sehen, weiß ich natürlich nicht. Wir haben ihn schon als Silhouette gesehen, zumindest nehmen die meisten davon an, dass das der fehlende Number sein könnte. Und vielleicht ist er ja gar nicht auf Onigashima, sondern befindet sich irgendwo unten auf Wano, dass er da nochmal in Erscheinung tritt. Oder was ich auch cool finden würde, wenn er vielleicht als Wache eingeteilt wurde bei der Waffenkammer, wo im Grunde gerade der Katzenbo unterwegs ist. Und natürlich Yamato, um zu verhindern, dass Onigashima in die Luft fliegt. Und von der Number 6 kommen wir zu Frage Nummer 6. Und wir haben ja gerade schon über die Waffenkammer von Onigashima gesprochen. Ja, was wird denn aus Onigashima? Wird es explodieren? Wird es auf die Blumenhauptstadt fallen? Oder kann man im letzten Moment alles noch einmal verhindern? Und sollte am Ende alles verhindert werden? Oder sollte es vielleicht sogar in Rauch aufgehen? Warum sollte es nicht verhindert werden? Ganz einfach. Marco hatte damals gesagt, dass Onigashima der jetzige Name dieser Insel ist. Und deswegen könnte es sein, dass entweder, das wäre die langweilige Variante, diese Insel einfach nur Brachland war und im Grunde gar keinen richtigen Namen hatte. Oder viel interessanter, die ganze Insel hat noch eine Geschichte zu erzählen und ihr voriger Name könnte nochmal relevant werden. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, die noch im Wano Kuniak beendet werden sollte. Und da wir ja gerade auch schon über Yamato gesprochen haben, kommen wir zur siebten Frage. Ja, was wird dann am Ende eigentlich aus Yamato? Da gibt es auch viele Theorien. Mein großer Favorit ist natürlich, Yamato wird das neuste Mitglied der Strohutbande und geht auf große Abenteuer wie einst Oden mit der Whitebeard-Piratenbande. Andere glauben, dass Yamato als Schutzgeist, als Bodyguard, wenn man so will, bei Momonosuke bleibt und hilft, Wano Kuni wieder aufzubauen. Ist natürlich auch ein schöner Gedanke, aber wir wissen natürlich, dass Yamato Oden nacheifert und alles, was Oden je wollte von Kindheitsbein an, war Wano Kuni zu verlassen, die große Welt zu sehen, Abenteuer zu erleben. Und gerade wenn wir das Leben von Oden mit Yamato vergleichen, die ja auch quasi eine Gefangene auf dieser Insel gewesen ist, zeigt Kindesbein an, dann sollte man ihr doch gönnen, auf große Fahrt zu gehen. Das muss nicht unbedingt mit der Strohutbande sein, es wäre natürlich toll, wenn das so wäre, aber ich würde mir wünschen, dass sie zumindest, wenn sie mit diesen nicht mitreist, ihr eigenes großes Abenteuer erlebt und das könnte Oda gerne auch in einer Cover-Story zeigen. Doch bevor Yamato darüber nachdenken kann, was sie nach Wano Kuni tut, müssen natürlich noch ein paar Gegner besiegt werden und das bringt uns zur nächsten Frage, nämlich wie sieht das Schicksal von Kurozumi Orochi aus? Für viele steht es im Grunde schon fest und aktuell glaube auch ich, dass er seinem Verderben entgegen krabbeln wird, denn aktuell krabbelt er auf Kumurasaki zu, wo wir wissen, dass es sich natürlich dabei um Kozuki Yori, die Tochter von Oden handelt, die er ja quasi zu seiner Favoritin auserkoren hat. Und wir wissen natürlich auch, dass Denjiro, den wir wirklich sehr, sehr wenig gesehen haben in den letzten Kapiteln, mit ihr unter einer Decke stecken kann, weil er hat sie ja damals aufgenommen und erzogen, könnte man sagen. Und deswegen könnte auch hier dann ein Plot geschmiedet worden sein, wie man vielleicht Orochi aus seinem Versteck herauslockt und ihn dann am Ende tötet. Wäre auf jeden Fall ein sehr guter Abschluss für den dritten Akt des Wano Kuni Arks, aber es könnte natürlich sein, weil es ja im Grunde die Guten sind, dass sie ihm nochmal verzeihen und ihn einfach ins Exil schicken. Sie sagen, verlasse Wano Kuni, aber ich gehe auch stark davon aus, sollte er es schaffen, Wano Kuni irgendwie zu verlassen, wird er auch dort nicht lange überleben. Und dann kommen wir nämlich quasi zur Frage in der Frage, nämlich was wird aus seiner Teufelsfrucht? Das ist ja keine Casual-Teufelsfrucht, die man überall bekommen kann. Nein, es ist eine sehr besondere, eine mystische Soanfrucht, das Schlangenteufelsfrucht-Modell Yamato no Orochi, was natürlich passend zu seinem Namen ist. Die achtköpfige Schlange, die natürlich in der Folklore Japans eine große Rolle spielt, aber wir waren natürlich von Anfang an davon überzeugt, dass eine so krasse Teufelsfrucht für Orochi einfach nur Verschwendung sein könnte. Und deswegen könnte eventuell diese Teufelsfrucht nochmal relevant werden und vielleicht in die ein oder andere Hände fallen. Vielleicht tauchen ja noch die ein oder anderen Charaktere auf Wano Kuni auf. Und wer dann ganz bestimmt besiegt werden muss, und damit kommen wir zur letzten Frage in diesem Video, ist natürlich Kaido. Und wir gehen natürlich stark davon aus, dass Ruffy Kaido jetzt besiegen wird. Es würde absolut keinen Sinn machen, wenn Ruffy jetzt hier nochmal besiegt werden würde, weil dann macht es gar keinen Sinn mehr, dass er das immer noch überleben kann. Und wie soll er sich dann nochmal steigern? Es wären einfache Krucks, die man dann nicht mehr lösen könnte. Und deswegen gehen wir davon aus, Ruffy wird Kaido besiegen. Aber die große Frage, die sich eigentlich hier stellt, ist nicht, dass er besiegt wird, sondern was passiert, nachdem er besiegt wurde. Wir wissen, Ruffy wird ihn nicht töten. Das ist nicht Ruffys Art und darauf legt Oda sehr großen Wert darauf, dass er weiterhin niemanden tötet. Es könnte natürlich ein anderer Charakter seinen Vorteil darüber nutzen, dass Kaido gerade kampfunfähig ist und ihn damit den Endstoß verpassen. Es wird nicht Ruffy sein, wie schon erwähnt, aber es könnte eine symbolische Geste sein, dass es eventuell Momonosuke oder Kinemon oder einer der anderen der roten Schwertscheiden übernimmt. Es könnte natürlich auch Eustace Captain Kit sein, der sich denkt, hier staube ich ab und am Ende bin ich der Sieger über Kaido und eventuell Big Mom, wenn er die vorher besiegt hat. Aber es könnte natürlich auch sein, wie eben schon angesprochen, dass noch andere Charaktere nach Wano Kuni kommen, die das übernehmen könnten. Wer mir auch noch gut einfallen würde dabei, wäre die Cypher-Puller AG Zero. Sie hat ja davon gesprochen, dass sie einen Tod bestätigt haben wollen und vielleicht ist das gar nicht Who's Who, sondern Kaido. Denn Kaido aus dem Spiel zu nehmen wäre natürlich auch für die Weltregierung ein großer Sieg, weil sie nicht mehr mit Kaido direkt verhandeln müssen und sie müssen auch keine Angst mehr vor ihm haben. Natürlich gehe ich auch stark davon aus, dass sie dann auch weiterhin nicht mit Wano Kuni verhandeln können, weil das natürlich dann unter der Herrschaft von Momonosuke steht. Und das waren die ersten neun Fragen, die ich noch an den Wano Kuni-Arg habe. Wenn ihr noch Fragen habt, wie ihr eingangs im Video erwähnt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche darauf eine Antwort zu finden. Aber ich habe natürlich selbst noch einige Fragen, die das Video jetzt hier ein bisschen gesprengt hätten in petto. Und es wird mit Sicherheit mindestens ein zweites Video geben. Wenn ihr darauf Lust habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Im Geiste von Wano Kuni sage ich Sayonara, Matane! Das war's für heute.